Gestopft, was? Ich? Meint ihr vielleicht, ob ich hier... Schlaft ihr auf Seidenlaken, während alle um euch herum Gold scheißen? Seid ihr reich? Ich habe das alles hinter mir gelassen, obwohl ich die Goldscheißerei von Zeit zu Zeit doch vermisse. Ihr habt es wirklich aufgegeben, hm? Wusste ich's doch, dass in euch auch irgendwas Gutes steckt.